Das Gasthaus, die Gasthäuser, das Gasthaus, die Gasthäuser. Wir essen das Abendessen im Gasthaus. Der Gauner hat das Fahrrad gestohlen. Der Gauner hat das Fahrrad gestohlen. Das Gebäude Das Gebäude Das Gebäude wird von unserer Firma geputzt. Das Gebäude wird von unserer Firma geputzt. Das Gebäude Toả nhà đang được gọi rệt bởi công ty chúng tôi! Kìm Geben Dürcher Sie gibt ihm 5 Euro, damit er Mineralwasser kauft. Sie gibt ihm 5 Euro, damit er Mineralwasser kauft. Das Gebiet Die Gebiete Das Gebiet Die Gebiete 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 Vonig Die Gebiete von vous Oui V.E.G.O.N.I.K.A. có sinh nhật lần thứ 6 vào tháng 7. Die Geburtstagsfeier Die Geburtstagsfeier Die Geburtstagsfeier Die Geburtstagsfeier Die Familie hat dem Großvater eine schöne Geburtstagsfeier bereitet. Die Familie hat dem Großvater eine schöne Geburtstagsfeier bereitet. Gia đình đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ cho ông nội. Gia đình Am 9. November gedenken die Deutschen der Reichsburg-Rumnacht. Gia đình Kỷ niệm đêm Thủy Tinh Võ vào ngày 9.11. Đêm bạo động chống người do THI. Die Gedenkstätte Die Gedenkstätten In Deutschland und Österreich gibt es mehrere Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. In Deutschland und Österreich gibt es mehrere Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. In Deutschland und Österreich gibt es mehrere Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus. Das Gedicht Die Gedichte Die Kinder lesen ein Gedicht von Paul Celan. Die Kinder lesen ein Gedicht von Paul Celan. Die Gefahr Die Gefahren Sie befinden sich in Gefahr. Sie befinden sich in Gefahr. Die Kinder lesen ein Gedicht von Paul Celan. 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 Das ist eine gefährliche Straße, auf der viele Unfälle passieren. Das ist eine gefährliche Straße, auf der viele Unfälle passieren. Das ist eine gefährliche Straße, auf der viele Unfälle passieren. Das ist eine gefährliche Straße, auf der viele Unfälle passieren. Der Gefallen Könntest du mir einen Gefallen tun und heute auf die Kinder aufpassen? Könntest du mir einen Gefallen tun und heute auf die Kinder aufpassen? Könntest du mir einen Gefallen tun und heute auf die Kinder aufpassen? Könntest du mir einen Gefallen tun und heute aufpassen? Könntest du mir einen Gefallen tun und heute aufpassen? Die Gefängnisse Verbrecher werden im Gefängnis eingesperrt 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 Er hat kein gutes Gefühl über das Projekt Er hat kein gutes Gefühl über das Projekt Verbrecher werden im Gefängnis eingesperrt Verbrecher werden im Gefängnis eingesperrt